So, das ist jetzt richtig stressig, wir sind ultra kacke in der Zeit und ich muss mich jetzt eigentlich richtig beeilen, aber ich hab irgendwie nicht so richtig den Plan, wie das jetzt hier läuft, aber ich fang jetzt einfach mal an. Ich fang mal irgendwann in so einer Bar und dann hat der Typ das so... Jetzt noch Sprudelwasser und ich hoffe, dann läuft es. Also es ist doch besser als erwartet, sogar die Farbtrennung ist noch ganz okay. Ich bin Nummer 3! Meins hat auch ein italienisches Thema, ich nenne es den Italian Mule. Hier wollte ich hier mit den Sachen so ein bisschen die italienische Flagge aufgreifen, auch wenn es nicht ganz richtig rum ist, aber wir haben das Weiß, das Grün und das Rot. Yes! Das ganze Video findest du im Querformat auf meinem YouTube-Kanal.